3. Kommentare Fazibook Feedback Schließen Weitere Schließen Sie ist kaum wieder zu erkennen. In der TV-Neuauflage von Genial Daneben schockt Helder von Sinnen mit radikalem Markiova. Plötzlicher Sinneswandel? Comedian und TV-Star Helder von Sinnen präsentiert sich auf Sat.1. Plötzlich überraschend schlanker August wird sie in der Neuauflage der Comedy-Quiz-Show Genial Daneben zu. Sehen sein auch das Kulti-GTV-Format bekommt ein radikales Markiova und startet als Genial oder Daneben am 31. August. Köln, Helder von Sinnen ist ein echtes Urgestein im deutschen Fernsehen. Für schrede Töne und noch schredere, bunte Anzüge ist die 61-jährige Comedian und TV-Größe bekannt. Meist mit platinblonden, kurzen Haaren, knalligem Lippenstift und verrückten Brillen repräsentierte der Genial Daneben-Star schon immer ein modernes, befreites Frauenbild im deutschen TV. Mit Markiova hatte das so gar nichts zu tun. In der beliebten Sat.1-Rate-Show brachte die Comedian neben Hugo Egon, Balder und Co. eine ganze Generation zum Lachen und erhielt sogar eine goldene Romy für die Programm-Idee. Lange war sie mit der LGBT-Aktivistin Cornelia schädiert. Helder von Sinnen, Sat.1. Neue Schuh genial Daneben, Comedian komplett verändert. Nie hielt sie sich dafür an irgendwelche Normen. Helder von Sinnen, das steht für Humor, starke Frauen, freie Sexualität und auch einen freien Körper. Noch 2017 rastete die Comedian aus und redete sich gegenüber Promi-Flasch auf, ihr hänge das Thema Gewicht zum Hals heraus. Umso überraschender jetzt der Sinneswandel. In den ersten Bildern der Sat.1-Neuauflage der Comedy-Quiz-Show genial Daneben präsentiert sich die der Paradiesvogel abgespeckt und radikanschlank. Besonders ihr Gesicht sieht komplett verändert aus. Ihrem Stil scheint die 61-Jährige aber trotzdem treu zu bleiben. Ein bunter Anzug, knalliger Lippenstift und die zurückgegelten, platinblonden Haare sind auch in der neuen Comedy-Quiz-Show wieder dabei. Helder von Sinnen, Sat.1. Genial Daneben kommt zurück, neue Show, alte Gesichter. Auch die TV-Show selbst bekommt als genial oder daneben auf Sat.1 jetzt nicht nur ein neues oder sondern ein radikales Markieover. Ein neues Quizstudio und neue Spielraggeln sollen die zuletzt gesunden Einschaltquoten wiederheben. In der Kultigen-Comedy-Show kämpft ab 31. August jetzt jeden Abend ein Kandidatenpaar um bis zu 6.000 Euro. Tipps und Spekulationen gibt es von verschiedenen Pome-Gästen. Sat.1 kündigt unter anderem Stars wie Ilka Bessian, Janine Ullmann, Guido Kanz, Jürgen von der Lippe, Michael Mittermeier oder Smodo von den Fantastischen Vierern. Immer fest dabei sind aber die drei Gesichter für die Genial Daneben bekannt ist. Pugo Egon Balter, Vigal Boning und eben Helder von Sinnen. Die sind zwar älter und teilweise schlanker geworden. Ihren Humor verlieren sie mit Sicherheit aber nicht so schnell. Punktlos geht's am 31. August auf Sat.1. Gerätselt wird unter anderem ob ein Löwe-Bellen oder ein Zebra die Streifen verlieren kann und welches ungewöhnliche Privileg die britische Queen Elisabeth II genießt. Helder von Sinnen, Vigal Boning sowie die Gäste ersten Prome-Gäste Jana Ina Zarela und Max Mutzke liefern den Kandidaten im Rate-Panel unterhaltsame und schlüssige Antwortvorschläge. Pugo Egon Balter moderiert. Montag bis Freitag ist die Sendung um 19 Uhr regelmäßig auf Sat.1 zu sehen. Montags und Freitags geht es danach direkt im Anschluss weiter mit Prome-Beat-Porter. Hier sorgt gerade ein ganz anderes Vandal für Aufsehen. Jede Woche werden es weniger Stars, die im Container um den Sieg ringen. Neben Helder von Sinnen macht auch eine andere Powerfrau gerade Schlagzeilen mit einem radikalen Gewichtsverlust. Die Sängerin Adele verlor fast 50 Kilo. Auch ein anderer Star überrascht mit einem neuen, sportlichen Aussehen. Und das in diesem Alter. Indessen sieht Kelly Osborne laut ihrer Follower aus wie eine komplett andere Person. Sie speckte 40 Kilo ab. Rubrik Listenbild Georg Wendt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017